Ah, warte mal, Filter zurücksetzen mache ich mal, damit mehr Server auftauchen. Werden aber auch nicht viel mehr. Boah, jetzt einen Platz zu finden, ne? Hier, 21 von 24 zum Beispiel. Perfekt, dann join mal direkt. Ja, ich gucke gerade nach einem, der einen guten, du hast Pink 72. Ich habe hier einen 60 von 64, Pink 32. Ja, dann join drauf. Komm, du kannst nachjoinen. So, ich join. Jetzt müsstest du eine Meldung bekommen, dass ich... Oh, ne, kannst du vergessen, Warteposition 5. Ja, Warteposition 6. Ja, da kannst du direkt mit Escape wieder rausgehen. Äh, lass doch mal kurz die Aufnahme pausieren. Ja? Ja, oder? Warte mal. Nö, ich habe hier einen. Du hast einen? Perfekt. Dann joiner, ihr wollt. Ja. Dann seht ihr jetzt auch mal das Menü, das ist doch schön. So. Slot wird reserviert. Spiel wird geladen. Slot wird reserviert. Warteposition 1. Warteposition 1. Echt? Ja. Spiel wird geladen. Dann war jemand schneller. Hm, Drecksäcke. Ja. Äh, dann würde ich sagen, wir machen doch mal ganz kurz einen Cut. Mal mal einen kurzen Cut. Und sehen uns gleich wieder. Ja, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Und da sind wir wieder. Hallöchen, willkommen zurück. Hallöchen, hallo. Hallöchen, hallo. Hallöchen. So, nachdem wir jetzt ein bisschen länger nach dem Server gesucht haben, spielen wir jetzt Rush. Ich glaube, da ist jetzt alles drin gelassen, doch. Das hätte Ewigkeiten gedauert. Ja, und dann hätten die Leute eine komplette Folge gehabt mit uns im Menü. Ja, also ich hatte jetzt geguckt, eben in der Aufnahmepause, ich habe die Waffen aus dem Battlepack zwar im Inventar, aber anwählen konnte ich sie irgendwie nicht. Das ist aber doof. Ja, keine Ahnung. Guck jetzt nochmal bei Anpassen. Warum bist du eigentlich immer so schnell auf diesen Dingern da? Tja. So, wir spielen eine Runde Rush. Mal gucken, ob es besser klappt als beim letzten Mal. Ich bin bei dir in dem Squad David. Jo. Und wir verteidigen. Müssen verteidigen. Gut, dann würde ich sagen, spawn ich bei dir. Du bist ja schon ein Stückchen gelaufen. Und die Performance ist auch wieder besser. Das ist schön. Merke ich gerade. Heißt, also entweder liegt es an der Karte oder weil ich Battlefield neu gestartet habe. Und guck mal, das ist die Karte, mit der wir, glaube ich, angefangen haben. Erste Runde. Ja. Ich kriege 100 Dürfen und habe eingetötet. So, Koordinaten an der Artillerie übermittelt. So, Koordinaten an der Artillerie übermittelt. Ja, ich bin gerade, ich spawn bei dir jetzt. Bleib am Leben, du. Hast du einen Sprengsatz an Einsatzziel Bertha platziert? Ja, ich bleib am Leben. So. Wie siehst du denn aus? Ja, wie soll ich denn aussehen? Ich bin Versorger. Wie siehst du denn aus? Du hast eine Mast, eine Rüstung auf. Du auch. Glaube ich. Oh, was haben wir denn hier? Ich bin über eine Granate gestolpert. Und staub. Wie ist das denn? Aua. Ich bin von dem Panzer. Okay, also wie ich das jetzt gemacht habe. Ich bin von dem Panzer weggeballert worden. Ich bin geflogen, du. Hallo. Ich spawn bei dir. Du Mann in Rüstung. Oh oh. Da ist der Panzer schon wieder. Ich mag den nicht. Nee, da habe ich aber gründlich was gegen. Oh oh. Ah, ich bin tot. Ich habe nichts dagegen. Alles okay. Mario lebt noch. Mario lebt noch. 5 Sekunden. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist Mario tot. Dann kann ich nur hier spawnen. Ja, dank dieser Granate, die da gerade geflogen kam. Wir sind Deutschland gegen die Schweiz. Jo. Ich spawn bei dir mal. Ich bin eiskalt dran vorbeigelaufen. Entschuldigung. Na, die Einsatzziele wurden gerade gewechselt. Ja, das ist so ganz kurz und dann läufst du ins Nichts. Ich bin hier wieder in der Scheune. Ich habe gerade die Türen der Scheune zerstört. Hab ich auch mit einer Granate. Ja, aber ich habe jetzt, das ist geil, wenn du an den Türen sprintest, ne, also auch zu den Türen hinsprintest, dann schlägt er dir also auf. Finde ich cool. Ist doch nice, ja. Ist nice gemacht. Und diese Musik, die einfach nur wieder im Hintergrund ist. Die ist so episch. Oh, Koordinaten an Artillerie übermittelt. Ach, der ist von uns. Klar. Dann, wenn der von uns ist, hätte ich den perfekt getötet. So ein Witz. Nein, von hinten. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin tot. Nein. Flugzeug? Ja, als Angreifer. Ach, scheiße. Die haben an B, haben die, B haben die Scharrrrr. Scharrrrr. Wundern mich nicht. Verfeuert. Kannst du das Geräusch erraten, Mario? Nein, überhaupt nicht. Ja, was war das denn? Sag mal. Eine, eine, eine Bombe, Bombe. Ach, ich habe den Pferd, was sind das bei Julian, der gepfiffen hat und er mit der Faust auf sich geschlagen. Ist das ein Arsch, ne? Der richtig dämlicher, ey. Wen meinst du jetzt, mich? Nö, überhaupt nicht. Das war ein alter Gig von Otto. Beim Geräusche-Quiz. Ja. Kennst du? Gänse, 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 Gänse. Gänse, 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 Gänse. Gänse, Gänse, Gänse. Gänse, Gänse, Gänse. Das Flugzeug kommt wieder. Ich habe gerade auch hier so einen Riesen-Wummer. Jawoll! Ich habe das Flugzeug geschädigt. Und? Zerstört. Habe ich gemerkt. Nice. Das Ding ist cool. Ich muss nachladen. Bong. Gänse. Dörden, die im Funk-Beschapen. Ne, ah. Nein, ich bin tot. Da kann es falsch. Bin ich tatsächlich auch. Oh, ich habe für mein Gewehr Panzerbrechen und Munition. Uh. Sag mal, wo gammelst du eigentlich rum? Am Sporn-Graden. Kommst von außen. Hi Mario, möchtest du Moni? Ja, ist aber nett. Bitteschön, gerne doch. Du kennst mich doch. Oh, wir haben beide Einsatzziele verloren. Schon sind wir wieder außerhalb des Bereichs. So schnell kann es gehen. Aha, was ist denn? Aha. 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 Äh. Gmbh. B-Barbe. Auerpanzer. Pantla. Hier. Ich begrüße Ihnen. Ihm. Ich bekomme ich. Angreifer rückwunden vor, ich mir gar nicht aufgefallen. Nicht? Nein, überhaupt nicht. Also, mir schon. Ich bin zwar getötet worden als der Text eingeblendet wurde, aber es ist mir mal so überhaupt mir aufgefallen. Ja, siehste. Musst ja erst der Text drauf hinweisen. Diese Musik ist so ethisch. Ja, ist die allerdings. Ich hab mal die Koordinaten übermittelt, ne? Ah! Jetzt mal das Flugabwehrgeschütz hier. Ne, das Panzerabwehrgeschütz. Hauptsache Abwehrgeschütz. So. Hauptsache Geschütz. Hi Mario. Und da kommt ein Panzer, glaub ich. Ja, fühlte sich ein wenig so an. Oh, oh, von der anderen Seite kommt ein Panzer. Äh! Warum, du Mulliklaus? Nein! Ich bin dort! Mann, oh! Scheiße, ey. Wir hocken da oben an der Brücke und die platzieren eiskalt unter unseren... ...unser... ...unser... ...Dingschöne... ...Sprengladung. In der Nähe deiner Position ist ein Fahrzeug... Ja, und wo ist das Fahrzeugabwehr-Kit? ...Ah, da. Schade, wir haben Bertha verloren. Ziel, Bertha, hallo. Ziel ist verloren. Oh, 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 heiß, 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 heiß! Ist das heiß hier, oder bin das nur ich? Oh. Oh, Feuer. Das ist echt der dümmste Satz, den man loswerden kann, ne? Ist das heiß hier, oder bin das nur ich? Die Leute, die denen sagen, verdienen das zu verbrennen. Eigentlich. Ah, hi. Oh, oh. Nein! Warum macht er das jetzt an dem verfickten Bayonettenhahn? Aua! Nein, ich bin tot! Also ein Rush. Die planten, die planten, die planten. An Rush muss ich mich echt gewöhnen, hier. Ach, guck mal, wir kriegen auch mal Unterstützung von einem Panzer. Hammer! Ja, wir können eine Runde Rush zocken. Da mal gucken, ob ich weiter muss. Ich bin im Rang aufgeschnitten, glaubst du es? Das waren deine fehlenden 300 Punkte, oder? Ja. Das waren sie. Aber nein, 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 nein. Oh, kann man da nichts gegen machen, dass so ein scheiß Bayonett ankommt? Äh, nee. Die Erfahrung musste ich auch machen. Weil der kommt auf dich zu, dass du normal irgendwie... Wir haben beide Einsatzziele verloren. Der Feind wird von unserer Armee... ...rück zurück. Komm in das Kampfgebiet zurück. Komm zurück, Mario. Der Feind rückt vor. Der Feind rückt vor. Darf er das? Darf er das? Ja, darf er. Na ja, gut, wenn er das darf. Ach, die Musik ist aber episch. Ja, ja, die ist total geil. Jawoll, gekillt. Den hab ich trotzdem noch gekillt. Oh, wir haben leider keine Flugzeuge und keine Panzer zur Verfügung gerade. Also sind sie alle weg benutzt. Sie werden benutzt. Oh, cool. Du bist ja direkt an der Front, Mario. Und wir werden vergaßt, Mario. Nein! Immerhin Hilfe zählt als Kill. Fuck you! Nee, die Ballern gerade schlief da beide Ziele weg. Das kann doch nicht mal wahr sein. Warum sind wir denn so scheiße in Rush? Keine Ahnung. Okay, wir sind generell scheiße, aber davon hast du gesehen. Aber in Rush sind wir... ...ultrascheiße. Ja.